hey ho mein freund ich freue mich dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen folge kingdom hearts in der letzten folge hatten wir ein bisschen tutorial müssen ein paar kleinigkeiten jetzt noch sammeln für ein floß ein baumschamm fehlt uns noch und ein slagen und das haben wir schon an einem anderen baum stand und wir sprechen erst noch mit ihm hier hast du alles gefunden was wir für das floß brauchen ich habe meine sachen keile gegeben hey so rein klein ist es schnappt dir dein schwert jetzt zeigt sich wer der champion ist okay habe ich eine chance gegen ihn das ist relativ gut ja 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 Mist, es steht 0 zu 1. Okay, so gut bin ich halt leider nicht. Warum schon mal halten? Und wo geht es hier unten? Gibt es hier was? Ah, okay, wir hätten auch da hochgehen können. Ah, wir können schwimmen. Jetzt gehen wir aber erst mal zu Kairi. Geben ihr die Materialien. Ah, wir können auch hier hochladen. Ich muss mich erst mal wieder hier reinfinden. Danke, Sora. Ich habe heute auch etwas gefunden. Ja, das gehört dir. Hi, Potion. Müde? Wollen wir heute aufhören? Ja, auf nach Hause. Ja, es ist schon spät. Wir machen es morgen zu Ende. Also, Kairis' Haus ist da irgendwo, oder? Könnte sein. Wir werden nicht wissen, wenn wir hier bleiben. Aber wie weit wird ein Ratsch nehmen? Wer weiß. Wenn wir müssen, wir uns etwas anderes nehmen. Also, wenn wir uns in eine andere Welt kommen. Also, wenn wir uns in eine andere Welt kommen. Was machen wir da? Hm. Also? Wir könnten einfach so schnell enden auf irgendwoher, oder? Ich weiß nicht. Genau. Deshalb müssen wir da raus und herausfinden. Nur sitzen hier wird nicht verändern. Es ist die gleiche alte Dinge. Also, gehen wir. Du hast mich viel geantwortet, nicht wahr? Dankeschön. Danke für dich. Wenn du hier nicht gekommen bist, wahrscheinlich hätte ich nie gedacht, hätte ich nie gedacht. Kairi, danke. Du bist willkommen. Zora! Du hast eine, nicht wahr? Eine Pau-Pau-Fruit? Wenn zwei Menschen einen, ihre Besten sind entgegen. Sie bleiben ein Teil unseres Leben, egal was. Komm schon, ich weiß, du willst es versuchen. Was hast du gesagt? Oh. Nicht die Frucht wegschmeißen. Oh. Oh. Große Tür. Kleiner Eingang. Große Tür. Kleiner Eingang. Es ist schön, dass du dich in diesem Fall sehen möchtest. Was? Wie er durchdreht, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer denkt, wer die Majestät ist. Wauw, Dr. King, wauw, das ist sehr. Hey there, Donald, good morning! Wir haben ein Problem, Dirty, aber nicht sagen jemanden. Queen Minnie? Not even the Queen. Daisy? No! Es ist Top Secret. Oh, good morning, Damen und Herren! Ja, Donald. Es ist schön, weil mal die Original-Synchronsprecher dabei sind. Also von Donald, Gufi und Joe. So, was müssen wir heute machen? Wir könnten heute noch diese Kämpfen. Und da oben rein, da glaube ich, kommen wir irgendwie rein. Laguna! Pui! Ups! Ups! Ah, genau. Hier ist es los. Wir wollen dann, glaube ich, auch gleich los. Das reimt sich sogar nicht. Ich bin da nicht so stolz drauf. Da ist ein Stein. Wählen wir erstmal mit Kairi. Das los ist fast, das los ist fast fertig. Wir müssen nur noch den Proviant aufladen. Sag, hast du Riku gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber hier sind Steine. Kann ich bestimmt wegholen. Jep. Jetzt müssen wir, glaube ich, Riku suchen und ein bisschen Proviant mit dazu. Das vermute ich jetzt einfach mal so. Da können wir runterrutschen. Ups! Ich hätte die Truhe gebraucht. Vielleicht kann ich die eigentlich setten, die Kiste. Da ist Riku. Wir machen einfach alles kaputt. Na gut, wir können relativ hoch springen. Hey Sora, unser Floß braucht noch einen Namen. Meist du, wie wärs mit Highwind? Wie würdest du es nennen? Ja... Excalibur klingt gut. Ich? Ja, ja. Hm. Excalibur! Hey, wie wärs mit... Also, wie immer. Dann mal los. Okay, dann... Was denn schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Die üblichen Regeln. Ihr könnt jeden Weg nehmen. Als Erster die Marke berührt und wieder hier ist, hat gewonnen. Wenn ich gewinnen, äh... Ich bin der Kapitän. Und wenn du gewinnen... Ich bekomme die Paopu mit Kairi. Huh? Entschuldigung? Der Gewinner bekommt die Paopu mit Kairi. Oh... Wir müssen gewinnen. Okay! Auf meinem Wert! Ich bin der Kapitän. Ich bin der Kapitän. Ich bin der Kapitän. Ist das eine richtig gute Idee? Nein! Ah Mist. Nein, 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 nein Schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee Mist, 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 Mist. Ah. Komme ich da jetzt nicht hoch? Okay, ich war sehr langsam. Oh, schade. Äh, jetzt bin ich ein bisschen beleidigt. Was ist? Oh, das mit der Papu. War nur ein Scherf. Du hättest ein Gesicht sehen sollen. Nein, nicht nochmal. Egelhaft, Steuerung. Ja, super. Aber ich komme jetzt, glaube ich, da oben hoch. Ich will da, weil zum Glück hat sich dieser Kiste resetet. Uh, nochmal Glück gehabt. Ah, sehr schön. Wir bekommen Roteskette. Nice. Ich habe gedacht, ich kann ein bisschen beschleunigen, aber es war dann doch nicht so. Heute sammeln wir Probi an für unsere Reise. Also, so, Raduchos. Ein Papatou-Ei. Drei Pilze. Zwei Koko-Früchte. Drei Fischer. Wo füllt das hier mit Trinkwasser auf? Aber nicht aus dem Meer. Alles klar. Alles klar. Wenn wir wieder Hilfe haben, also zwei Pilze haben wir schon. Aber ich glaube, wir müssen da in das andere Gebiet noch mitgehen wieder. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Wir gehen mal hier schon. Wir gehen hier durch. Ja, hier kommen wir durch. Ah, okay. Da kommen wir dann hier. Alles klar. Auf jeden Fall dann noch mal speichern. Können wir hier irgendwas auffüllen. Trinkwasser erhalten. Sehr schön. Also nochmal alles ablaufen und zu schauen, ob wir irgendwo noch was finden. Irgendeine Frucht oder so. Irgendwas. Trinkwasser haben wir jetzt. Ist hier drin irgendwas? Nein? Nee, eigentlich. Nope. Steuerung. Ist hier noch irgendwas? Oder ist hier nichts mehr? Vielleicht da drüben? Ein Pilz fehlt noch? Äh. Ah, okay. Vielleicht ist doch etwas da drüben. I don't know. Ich weiß, Trinkwasser haben wir jetzt? Ich bin ein bisschen konfus. Vielleicht hat es ja ein paar Hinweise für uns, wenn wir mal was finden könnten. Ich bin jetzt echt konfus. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt smart. wir können immer los, wenn sie nicht machen können. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt schnell. Oh, ich bin jetzt gut. Ich bin jetzt ja bin jetzt. Ja, äh... Okay, muss ich mal die Palme abgrasen da oben. Nee, ah, Mist. Hier sieht's nicht danach aus. Oh, ging das? Vorab nicht. Oh, Nerv... Da ist eins. So, jetzt haben wir das Ei. Ja, okay. Fische. Muss ich wahrscheinlich an den Strand oder eigentlich eher in dieser Kommune. Äh, ja. Meer. Aber, keine Ahnung, wo genau hin. Zwei Pilze hab ich auch nur gefunden. Oh. Ja, wo? Wachsen auf Palmen überall auf dieser Insel. Ein Tipp, der so hilfreich ist wie er. Ah, okay. Okay. Ich brauche die Kühe. Nein, ich komme auf einen. Okay, probieren wir es hier drüben. Bei einem Baum. Nein, kommt endlich so eine Krühe. Da fällt jetzt nichts mehr runter, okay? Da! Ähm, Fischer. Wie kriege ich Fischer am besten? Da. Das auch nicht. Ach ja. Ja. Wenn nur alle so einfach wären. Ich glaube zwei, drei Fische. Ein Pilz füllt nachher so. Mech, ja. Ja. Ja, jetzt erzählst du mir nochmal, was alles fehlt. Drei Fischer. Fels wachsen an den schattigen Orten. Richtig. Ich mag es nicht einmal, wenn jetzt... ...einen schattigen Orten. Ich habe da einen, da hinten habe ich einen. Ach, wo ist noch ein schattiger Ort? Und dann war keiner. Nein. Und dann war keiner. Und dann ist auf jeden Fall auch keiner. Und dann ist auf jeden Fall auch keiner. Da hinten. Da hinten. Aber hier ist glaube ich kein Pilz. Geil. Mal Ort. Alles klar. Das ist neu. Ah, hier ist ein Pilz. Ah, hier ist ein Pilz. Ach, das ist so necker. Ah. Oh. Einmal noch ein bisschen weiter. Einmal noch ein bisschen weiter. Oh, ich glaube hier hat er die Frucht gehabt. Oh, ich glaube hier hat er die Frucht gehabt. Wer ist da? Ich habe gekommen, um die Tür zu dieser Welt zu sehen. Hä? Diese Welt hat sich verbunden. Oh. 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 Du wirst lernen. Du wirst so wenig verstehen. Oh ja? Du wirst sehen. Ich werde raus und lernen, was da drin ist. Ein sinnvoller Effort. Ein, der nichts weiß, kann nichts verstehen. Das würde ich nicht sagen. Es scheint die Tür zu sein zu den anderen Welten. Nichts ungewöhnliches auszumachen. Hier ist er hergekommen. Das ist alles das, was sie sich mal ausgemalt haben. Jetzt brauche ich noch Fische. Ich werde doch bevor, wenn ich... Ich hoffe, ich bin die Fische jetzt irgendwie noch. Ich glaube, sie werden schon wieder. Und muss sein. Genau, so. Jetzt haben wir sie. Ich wollte vorher noch mal abspeichern wollen. Sicherheit geht vor. Wir müssen auch gleich mal eine Folgen-Pause machen. Wir gucken, ob wir noch Bomben liegen. Ups, ich will da nicht schon wieder abstürzen. Jetzt haben wir alles okay. Die zwei sind ein bisschen faul. Die machen nichts. Dankeschön, ich habe heute auch etwas gefunden. Ja, das gibt's ja. Potion. Müde? Machen wir Schluss für heute. Gehen wir heim. Also morgen ist der Großtag. Wir sollten uns ausruhen. Oh, ich weiß nicht. Kale. Ich weiß nicht, Rikou hat verändert. Also vergangen was. Du bist das nicht, was du? Sie sind gut? Sie sind gut? Sora, wir kommen den Druck und gehen! Nur zwei noch nicht. Nur zwei sind wir. Ja. Nur zwei? Ja. Was ist leer? Ja. Was ist ja ... Du bist derige, Kairi. Du bist der, die hat sich verändert, Kairi. Dad so. Sie wissen, ich war ein bisschen Angst vor dem ersten Mal, aber jetzt bin ich bereit. Kein Fall, wo ich gehe oder was ich sehe, weiß ich, dass ich immer wieder zurück kann. Right? Ja, natürlich. Das ist gut. Zora, keine Veränderung. Huh? Ich kann einfach nicht warten, wenn wir auf die Veränderung setzen. Es wird großartig. Das glaube ich ja nicht, dass das gut wird. Alright. Entschuldige, dass ich ohne ein Wort aufbreche, aber es braut sich ein großes... Ich weiß nicht wieso, aber die Sterne sind einer nach dem anderen verlöscht. Das bedeutet großes Unheil. Ich verlasse euch umgehen, aber ich muss der Sache nachgehen. Es gibt jemanden mit einem Schlüssel. Den Schlüssel für unser Überleben. Dunkufi müsst ihn finden und bei ihm bleiben. Verstanden? Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Traverse und sucht Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. P.S. Entschuldigst du mich bei Mini? Danke, mein Freund. Oh, liebe. Was könnte das sein? Das bedeutet, dass wir nur den König haben müssen. Geht. Ich hoffe, er ist gut. Geht. 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 Ich hoffe, er ist gut. Geht. Wir werden den König finden. Geht. Der König finden. Ich hoffe, geht damit! Gepot, bitte! Das ist schwer. Vielen Dank, dass du W intoxie mö playst! Wichtig. Oh, und als Nachfolgerber acute�, er wird euch verabundet werden. Geht. Baja hier! Cricket ist der Name. Jiminy Cricket, zu Ihrem Service. Oh. Wir hoffen für Ihre selten Rückkehr. Bitte, helfe den König. Natürlich. Ja, Captain, geh! Gorse, Jiminy. Your world disappeared, too. It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. Don't you? Oh, right. I gotcha. You mean, while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Order! Right. World border? Oh! Oh, guess we'll need new dubs when we get there. Huh? Oh. Ech. The middle is so feliped. Hello up there. Time to get to lunch, true. I've got you ready. I've got you ready. No, no, no... Oh. Uh. Oh, my God. 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 You might not know where I can go. Oh, my God. Lass mich! Das kann nicht gut gehen. Okay, wer war das? Was ist das? Rikus Boot und Kairis. Oh. Können wir nichts ausrichten? Nein, damit nicht. Was? Ah, Rikus steht da hinten. Ich glaube, wir können aber nichts ausrichten gerade gegen die. Na gut, ich würde sagen, wir speichern hier nochmal ab. Ich würde mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und wir hoffen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir den ganzen Sachen auf den Grund gehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.